das heißt wir spielen also erst mal mit unserer solette erstmal das ding durch die campagne ja das landet alles auf youtube er sich das durchlesen möchte kann sich das denn gerne tun aber fürs vorlesen ist das manchmal zu schnell und ich könnte natürlich auf auto ausmachen ja aber die beste frau zu also cool sieht auf jeden fall aus kann man nicht meckern hoffe die bringen auch irgendwann noch so einen männlichen bogenschützen raus der so ein tier oder sowas haben kann das wäre cool also begleiter mit rumläuft ich finde begleiter gehört einfach zum jäger dazu so als zumindest in dieser gaming welt so was ein prinz oder was alle wünschen sei dass der prinz ich finde es schade dass es nicht vertont ist ja da hätte man auch so viel draus machen können das finde ich echt schade weil ehrlich die verdienen echten schweinekohle ja also da hätte man schon ein bisschen was auch ausgeben können so hier beginnter quest ich meine schon angefangen die stimmen zu machen wieso haben sie den rest nicht auch vertonen lassen ich verstehe das nicht ich 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 Wir suchen jetzt ein neues Land. Wir suchen irgendwas. Gibt es auch eine neue Monster-Geschichte? Rechterprotokoll-Monster-Geschichten? Nee. Okay. Wenn hier irgendwie steht, ist es eine neue Geschichten verfügbar? Hm? Das ist eine neue Geschichte. Ah, das meinte. Ach so. Ja, stimmt. Ich muss noch die Türme noch machen. Ja. Mach ich irgendwann noch. Ich würde erstmal die ganzen Charaktere auf 80 bringen. Jetzt darf ich sie alle auf 90 bringen. Aber man hat ja jetzt bis zum Herbst Zeit. Mal gucken. Ah, es ist schade, dass das so ein bisschen nur Text ist. Ja. Das wirkt so ein bisschen langweilig. Es interessiert irgendwie die wenigsten, was da steht. Die meisten machen das alles visuell. Ah, und ich bin auch so ein Mensch. Ich möchte es gern sehen, was passiert. Und möchte es nicht lesen, was passiert. Das ist so. Hm. Aber es gibt tatsächlich Leute, die es wirklich alles durchlesen. Und auch die Geschichte wirklich verstehen. – Was soll ich was aufsammeln? Und was ist das? Jetzt habe ich was kämpfen. Oh, kämpfe. Kobolde. Okay. Das war's für heute. Ach, die Galagonen wurden wohl hier angegriffen, okay. Die Heating-Ground seems busy with guests. Das hat auch was mit den Wolken zu tun. Die sollen wohl von den Galagos aufgenommen worden sein. Jetzt sind sie irgendwie da dran krepiert. Das wollen die jetzt wohl untersuchen. Ah, künstliches Mana, okay. Hat wohl jemand ein paar Experimente gemacht, wa? So eine Wolken erschaffen, um sozusagen die Kreaturen so ein bisschen zu verseuchen. Das soll ich so füttern. Das soll ich dir nicht wirklich zu helfen. Okay. 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 Das ist ein neuer Feind, irgendwie aufgetaucht und versucht zu zeigen, über diese Wolken welche Chaos anzurichten. Ich dachte zuerst, es wären die Kobolde gewesen, aber die sind wohl zu dumm dafür. Ich mach' mir das mal hier. Okay. Ich mach' mir das mal hier rein. Ich mach' mir das mal hier. ist da gab es immer die viecher die ich die wir vorher gesehen an den tor da das riesen ding ja süß kleiner kleiner sie sagat die werden ja wohl gezüchtet jetzt hat man kurz bis der torwächter besiegt werden kann weil er muss noch sponen das geläuftet auch nicht links fertig ist noch nicht fertig index er wieder ganz viel neue gefächer zu entdecken geht der roge zu gehen kriegt durch diese quest mehr erfahrung als durch normale monster club aber jetzt wieder wieder auf 90 level alle es ist echt echt anstrengend ja kommt schöne so eine gummi balea was darüber sein er wird es ein wirklicher zöldner angeheuert um uns zu beschützen herr wieso jetzt ein teil von ihrer hier wächter der ist ein söldner wenn wir zum ersten mal selber spielen hier das gut wo es ist denn vorher okay trotzdem damit den immer mit also meine typische konstellation guck mal was soll ich berühren schon ein bisschen makaber dass man leichen anfassen muss los geht's einfach draufhauen hier kein problem glaube ich bin so gut dafür gleich eine bombe gekriegt hier was soll ich studieren rassoli hat die leichen rausgeholt okay was soll ich jetzt machen ok das war's aber ich habe so eine rune gekriegt natürlich nicht gut aber auch seine mythische rune dann touch me und klatscht ich geht ich 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 kann es aber einen stein herstellen wir ein bisschen heavy potter hier stein der weisen ich 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 da wird die sammeln denn irgendwelche forscher weitergeben und es regnet lila regen nicht nicht mehr lila wolke sondern lila regen ich ich es ich ich aber geht ja nicht recht einfach so stark sind sie jetzt gar nicht be careful the creatures here are unique so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Sieh, dass die Wetterstation der Killen, wenn sie die nämlich nicht so stark Untertitelung des ZDF, 2020 Magen-Darm, hoffentlich geht das bei uns nicht rum Letzten Magen-Darm war nicht so schön Auf jeden Fall gute Besserung Schön viel trinken, schön viel trinken, ganz, ganz wichtig Ich hab das Ding doch kaputt, ich hab das Ding doch kaputt immer Das Essen machen, bis später, alles klar, guten Hunger, bis denn Dann schon beendet, so, ach, was sonst so kommt, was sonst so kommt? Ich denke, bei Pia ist immer an so ein Mann, ja, aber dabei ist eigentlich eine Frau Oh, die sieht schon mal besser aus Ja, die sieht schon mal wesentlich besser aus So, die sind schon mal besser aus Vielen Dank. Also die Geliebte, was? Suchen für die Galagonen, suchen die eine neue Heimat. Die Geliebte, was? Die Geliebte Okay, jetzt muss ich hier Gedanken, Dinger, irgendwas sammeln. Die wollen irgendwelche Halsketten sammeln, dann wollen die irgendwas mit Gedankenkontrolle machen. Das wird ja immer crazier. Gebietsurkundung, okay. Okay. Alles kommt auch noch. Was ist das hier alles? Ja, okay. So sind die Nebenquests. Okay, die kommt auch noch. Okay, okay. So, was ist hier? Meiste Attributs. Reiche Attribut Erforschung Level 6. Habe ich das noch nicht gemacht? Ach so. Ne, 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 ne. Okay. Ich weiß, das ist der Himmelsturm. Das ist klar, das andere Attribut und zwar bei den Skills. Das hier. Das hier habe ich natürlich noch nicht gemacht. Stimmt. Erstmal das hier machen wollte. Okay. 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 Ehe, Level 81. Zack Das ist mein persönlicher Lieferant. man das sagt ja dass der jetzt wind ich glaube es hat immer ein pern heraus obwohl ich wollte den wegen monster zuneigung drin lassen ja dauert nicht mehr lange ist er auch fertig ja nach gewillt kaskar kasko in ok dadurch wasser nicht so gut na gut die idee wäre auch nicht schlecht aber die 3 ok ok ein feinschmecker platte platte zubereitet ok erklärt was man braucht ok muss ich jetzt eine feinschmecker platte bauen was lektion über die galagonen ok ist nur so eine geschichte hier ja ja wenn wir in argen fast drauf geht hier hier sch Und dann geht's. da heilt doch dass das müssen echt mal ändern dass die event sobald die verletzte müssen sie trotzdem einfach weiter heilen wirklich es ist so dumm geregelt versteht das nicht das war's das war's take care of the books or you'll be in trouble so gibt es schön rollen ja wie das war schon wer ist nicht eine stunde geschichte mehr ist nicht krass das war 9 halbe stunde ja